Die ersten vier Schritte sind zwei Schaffel vorwärts. Wir beginnen mit rechts. Den rechten Fuß vor, den linken ran, den rechten Fuß vor. Dann setzen wir den linken Fuß vor, den rechten, den rechten Fuß ran und den linken Fuß vor. Noch einmal. Eins und zwei, drei und vier. Jetzt setzen wir den rechten Fuß nach vorn und machen eine halbe Linksdrehung auf beiden Ballen und stampfen mit dem rechten Fuß zweimal auf. Noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Und alles von vorn. Eins und zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben, acht. т. Vielen Dank. Vielen Dank.